Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Pivot-Hoffnungen bei China Tech, Apples besser-als-befürchtet-Zahlen und ein Monster-Aktienrückkaufprogramm. Im Thema des Tages verraten wir, warum das Geschäft von Novo Nordisk einfach nicht zu bremsen ist und die Aktien möglicherweise ebenso wenig. Und der Triple-E-Idee nähern wir uns der Idee eines Compound der ETFs an mit dem Faktor Qualität. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 3. Mai und wir wünschen euch einen entschlossenen Start in den Tag. Der DAX wusste gestern nicht so ganz, wie er sich fühlen soll. Unser Leitindex wechselte mehrmals vom Plus ins Minus und umgekehrt. Mindestens 8 Mal habe ich gezählt. Am Ende blieb dann, am ersten Handelstag im Mai, ein kleines Minus von 0,2% auf der Anzeigentafel stehen. 17.897 Zähler. Größter Gewinner im DAX war Bayer. Ein Berufungsgericht im US-Bundesstaat Washington hat am Mittwoch ein millionenschweres Schadenersatzurteil aufgehoben. Zwar ging es da nicht um Glyphosat, sondern um die Chemikalie PCB. Die Aktie von Bayer legte dennoch um 2,9% zu. In der Wall Street, da verlief der Handel nach einem holprigen Start im Laufe des Handels deutlich entschlossener. Bis Handelsschluss ging es dann sogar richtig kräftig nach oben. Der S&P 500 gewann 0,9%. Der Nasdaq einhindert immerhin 1,3%. Aber der große Outperformer, das waren chinesische Tech-Titel. Der Nasdaq Golden Dragon, der gewann 6%. Und seit dem Tief, Mitte April, haben Chinas Internetwerde 17% gewonnen. Und Goldman Sachs hat geschrieben, naja, es wäre schwer feststellbar, ob die Rallye taktisch motiviert ist, beziehungsweise durch die Deckung von Untergewichten. Aber auf jeden Fall sind Käufe und es ist möglicherweise auch ein Wendepunkt, den man im Auge behalten sollte. Und deswegen, ja, guck mal nach China. Tja, nachbörslich sorgte Apple für gute Stimmung. Die Aktie schoss um 8% nach oben. Es reichte bereits, dass der iPhone-Konzern die Erwartungen der Street leicht übertraf und gleichzeitig ankündigte, dass es im laufenden Quartal wieder ein leichtes Wachstum geben wird. Im abgelaufenen Quartal schrumpfte nämlich der Umsatz um 4,3% auf 90,75 Milliarden Dollar. Zum Hintergrund, seit acht Quartalen wächst Apple nicht mehr richtig. Und die iPhone-Verkäufe, die brachen um 10% im Vergleich zum Vorjahr ein. Und Wearables, Home und Accessoires brachen 9% ein. Und die iPad-Verkäufe lagen 16% im Minus. Und es gab natürlich auch ein paar Plus-Geschäfte, nämlich Apples Geschäft mit Services, also bei der App Store oder Apple Music oder Cloud. Das war 15% im Plus. Und die Mac-Sales, die legten 4% zu. Die Dividende, die soll auf 25 Cent steigen. Und zusätzlich hat Apple noch ein Aktienrückkaufprogramm von 110 Milliarden. Eine Kündigung lag deutlich über den 90 Milliarden, die die Analysten erwartet hatten. Und das soll dann eben über Aktienrückkäufe an die Anleger zurückgegeben werden, indirekt. Und was die kritischen Punkte von Apple angeht, da blieb Tim Cook vage. Cook sagte im anschließenden Analysten-Call, dass Apple erhebliche Investitionen in generative KI tätigt und glaubt, dass das Unternehmen Vorteile hat, die es von der Konkurrenz abheben werden. Dazu gehören Hardware-Integration, eigene Chips und Datenschutz. Cook lobte das M3 MacBook Air und wie es für die KI-Aufgaben genutzt werden kann. Er erwähnte nicht, dass die MacBook Air noch keine von Apple entwickelten generativen KI-Funktionen hat. Tja, so, jetzt aber genug von Apple. Kommen wir zu weiteren Ergebnissen. Der Energy-Trink-Hersteller Monster lag mit seinen Quartalszahlen leicht unter Erwartungen. Und da waren unter anderem der starke Dollar für zuständig. Allerdings wurde ein Aktienrückkauf über drei Milliarden Dollar angekündigt. Das entspricht immerhin 5,5 Prozent der ausstehenden Aktien. Und das hat dann auch die Aktie leicht ins Plus gebracht. Und die Kryptobörse Coinbase, die präsentierte nachbörslich wirklich Blowout-Numbers oder gigantische Zahlen, wie man es in Deutsch sagen will. Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 1,6 Milliarden, deutlich über den Erwartungen von 1,3 Milliarden. Und der operative Gewinn mit einer Milliarde, auch deutlich über der Schätzung von 607 Millionen. Und der Umsatz wurde aber in erster Linie durch Transaktionseinnahmen erzielt, während die Abonnements oder Dienstleistungen nur geringfügig höher als erwartet lagen. Und deswegen hat die Aktie nachbörslich auch 4 Prozent verloren. Aber im regulären Handel, da ging es schon 9 Prozent hoch, weil die Leute eben wissen, dass das Handelsvolumen auf der Plattform eben sehr, sehr sprunghaft ist. Das hat sich mal auf 312 Milliarden im ersten Quartal erhöht, von 154 im vierten und 76 im dritten. Aber ihr seht, das kann auch schnell mal wieder nach unten gehen. Tja, und noch etwas mehr aus dem Kryptobereich, nämlich der Zahlungsdienstleister Block. Der gewann gestern nachbörslich 8 Prozent. Nicht so sehr wegen Zahlungsdienstleistung, sondern wegen Bitcoin. Das Unternehmen setzt nämlich voll auf Bitcoin. In einer Mitteilung klang das wie folgt, wir glauben, dass die Welt ein offenes Geldprotokoll braucht, das nicht im Besitz oder unter der Kontrolle eines einzelnen Unternehmens steht. Wir glauben, dass der Bitcoin der beste und einzige Kandidat für ein solches Protokoll ist und letztlich die native Währung des Internets werden wird. Künftig werde Block deshalb jeden Monat 10 Prozent des Bruttogewinns aus Bitcoin-Produkten in Bitcoin-Käufe investieren. Und bei so viel Bitcoin-Werbung kletterte die Kryptowährung wieder nahe 60.000 Dollar. Und jetzt noch ein paar Staggatto-Informationen, weil es so viele gab. Universal kletterte 0,8 Prozent. Da hat man sich mit TikTok über die Nutzung des Musikkatalogs geeinigt. Dazu gehört ja beispielsweise Billie Eilish oder Ariana Grande. Moderna stiegen plus 13 Prozent. Da war der Verlust im ersten Quartal geringer wegen Kostendisziplin. In Booking 4 Prozent nach oben und Crowdstrike 3 Prozent, weil Amazon den Anbieter als einzigen als Cyber-Cloud-Software jetzt nutzen will für seine AWS-Cloud. Und Cloudflare, die sind 13 Prozent nachbörsig gefallen nach schlechten Zahlen. So, und du Termine, Eckart. Dann mache ich schnell mal die Termine, bevor es noch mehr Frust gibt. Heute kommen die US-Arbeitsmarktzahlen und da geht es um den Stellenaufbau außerhalb der Landwirtschaft. Da werden 240.000 erwartet und die Arbeitslosenquote, die wird so bei 3,8 Prozent erwartet. Und dann gibt es Quartalsergebnisse oder detaillierte Zahlen von einer Reihe von Unternehmen, nämlich Daimler Truck, Contron und von der Terminbörse CBOE von Hershey und Chenier. Und in Deutschland, da stehen die Hauptversammlungen an von DHL und RWE und danach heißt es hoch die Hände Dividende. Das Thema des Tages. Es ist an den Börsen der große Hype neben der Künstlichen Intelligenz, der Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit. Der soll bis 2030 sich mehr als vor Fünffachen auf dann rund 150 Milliarden Dollar. Und der dänische Erfinder, der Abnehm-Spritze, nämlich Novo Nordisk, der ist mit umgerechnet 535 Milliarden Euro schon mal zum wertvollsten Unternehmen Europas avanciert. Und die Aktie, die findet sich zusammen mit anderen Hype-Aktien, nämlich NVIDIA, Meta, Amazon, Broadcom oder dem Konkurrenten Eli Lilly unter den Top 10 im MSCI World Momentum Index. Das ist ja so der Index der angesagtesten Wertpapiere. Doch seit Anfang März scheint der Höhenflug der Aktie vorbei. Das Papier, das läuft mehr oder weniger seitwärts. Grund für uns im Thema des Tages mal nachzufragen, ob der Hype um die Abnehm-Spritzen schon wieder vorbei ist oder die Aktie nur eine Pause einlegt und sich möglicherweise ein günstiger Einstiegsmoment für alle bietet, die den Megatrend bisher verpasst haben. Die Zahlen fürs erste Quartal, die konnten sich schon mal sehen lassen. Die Dänen haben den Umsatz um 24 Prozent gesteigert. Der Gewinn, der legte sogar 30 Prozent zu. Und die Bruttomarge bei bemerkenswerten 85 Prozent, das stellt selbst den Chip-Giganten NVIDIA in den Schatten, der Brutto nämlich nur 78 Cent für jeden Dollar Umsatz verdient. Also da ist 85 Prozent schon bemerkenswert. Ja, mit der für die Behandlung von Diabetes zugelassenen Spritze Osempic setzte Novo Nordisk im ersten Quartal 43 Prozent mehr um. Und bei der Abnehm-Spritze VEGOVI verdoppelte sich der Umsatz sogar. Die Dänen teilt mit, dass Ärzte jetzt 25.000 neuen Patienten in den USA pro Woche das Medikament verschreiben. Verglichen mit 5.000 Patienten noch im Dezember ist das eine Verfünffachung. Allerdings geht die höhere Menge zu Lasten der Marge, die Preise sinken, weil das Unternehmen den zunehmenden Wettbewerb mit dem Konkurrenten wie Eli Lilly spürt. Und weil, wenn man mehr absetzen will, man auch günstigere Preise anbieten muss, weil es in Amerika schon relativ teuer ist, so eine Spritze zu machen. Doch zur Beruhigung der Börsen hob der Pharmakonzern Novo Nordisk seinen Jahresausblick leicht an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 19 und 27 Prozent und einem Plus beim Betriebsgewinn um bis zu 30 Prozent. Bis zu 30 Prozent. Naja. Und doch reagierte die Börse verhalten auf die Zahlen. Die Aktie verlor zwischenzeitlich sogar 3,5 Prozent. Ein Grund dürfte sein, dass das Papier jetzt recht teuer ist. Das ist jetzt mit einem Kursgewinnverhältnis von 38 bewertet und genau das ist es, woran sich einige Analysten und auch der Markt insgesamt stoßen. Weil das erwartete Wachstum deutlich unter dem KGV liegt, sei das nicht so gerechtfertigt, so die Pessimisten. Das nennt sich Peck Ratio, Price Earnings Growth Ratio und wenn die weit über 1 ist, dann ist es halt zu teuer. Und deswegen hat nämlich auch Jefferies Analyst Peter Well fortgeschrieben, die Bewertung von Novo Nordisk spiegele bereits ein beeindruckendes Wachstum, überdurchschnittliche Gewinne und beträchtliche Marktanteile und sein Kursziel, das liegt bei ebenso bei 530 Kronen, das sind 40 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Wenn man jetzt den Schnitt der Analysten mal anschaut, dann liegt der Kursziel der Profis bei 930 Kronen und das ist ungefähr 7 Prozent über dem aktuellen Kurs. Gleichzeitig lehrt die Geschichte, dass Analysten mit ihren Kurszielen schon immer falsch lagen. In der Regel mussten sie regelmäßig ihre Prognosen anpassen, wenn die Realität nicht der Analyse folgte. Das gilt gerade auch für die pessimistischen Kursziele. Wahrscheinlicher ist, dass die Aktie von Novo Nordisk eher eine kleine Pause einlegt, um in die hohe Bewertung hineinzuwachsen, bis das KGV sich wieder der Wachstumsrate nähert. Jetzt können wir mal einen Blick in die Zukunft wagen und wenn man beispielsweise die Gewinnschätzung für 2025 zugrunde legt, liegt das KGV nur noch bei 30 und bei den 2026er Schätzungen, dann beträgt das KGV nur noch 25. Und man muss sehen, in der Geschichte von Novo Nordisk gab es schon häufiger Seitwärtsbewegungen. Schon in den Jahren zwischen 2015 und 2021 sowie zwischen 2000 und 2006 kam der Kurs nicht wirklich voran. Doch die Dänen, die schafften es dann immer wieder, sich neu zu erfinden und für den nächsten Kursschrub zu sorgen. Nach der Folge mit dem Compounder-König Ficus haben mehrere von euch gefragt, ob es einen ETF mit Compounder-Aktien gibt. Gibt es leider nicht. Aber was es gibt, das ist etwas, was in die Richtung geht und darum soll es heute in der AAA-ID gehen. Und um den Hintergrund besser zu verstehen, erinnern wir uns nochmal an Hendrik Bessenbeinder. Der Finanzwissenschaftler hat in einer vielbeachtenden Studie herausgefunden, dass nur ein winziger Teil aller Aktien für die Outperformance der Börse gegenüber Staatsanleihen verantwortlich zeichnet. Nur ca. 4% aller Börsentitel haben in den vergangenen 100 Jahren den Wohlstandsmotor Aktienmarktentwicklung in den USA angetrieben. Jetzt könnte man also sagen, die restlichen 96% sind sowas wie Ballast. Die Kunst ist nur, die anderen 4%, also die Wohlstandstreiber zu identifizieren. Und zwar rechtzeitig. Auch die meisten Fondsmanager scheitern ja daran. Und wenn ETF-Anbieter versuchen, sich an diese kloreichen 4%, so will ich sie mal nennen, anzunehmen, dann könnte das natürlich sehr interessant für euch sein. Der Ansatz besteht darin, bisher auf Qualität zu setzen. Die Idee, Unternehmen, die besondere Qualitätskriterien erfüllen, werden zwar nicht in allen Börsenphasen outperformen, auf lange Sicht bringen sie an Haltern jedoch Wohlstand, ohne dass sie Ballast mit rumschleppen müssen. Der Indexbetreiber MSCI hat solche Indizes nach Qualitätskriterien aufgestellt, und zwar für die industrialisierte Welt insgesamt und für die großen Anlagenräume USA und Europa, etwa den MSCI World Quality Factor. Hierauf gibt es dann Indexfonds, die ihr kaufen könnt, zum Beispiel von iShares oder von X-Trackers. Und der MSCI World Quality Factor, der enthält nur rund ein Fünftel der Werte des MSCI World. Das sind zwar jetzt nicht die 4% von Bass & Binder, aber es ist schon mal ein deutlich konzentrierteres Portfolio, das auf weniger Ballast hoffen lässt. Auf fünf Jahre Sicht hat der Quality Index den allgemeinen MSCI-Index um gut 4% geschlagen, auf zehn Jahre Sicht sogar um 16%. Das entspricht dann einer jährlichen Outperformance um 0,7 Prozentpunkte. Damit hat es der Quality-Ansatz geschafft, was nur wenigen aktiven Vormänagern gelungen ist. Was sind jetzt die größten Positionen im Quality Index? Na, viele werden von euch die schon kennen oder werden euch bekannt vorkommen. Die Top 10 stellen Nvidia, Microsoft, Meta, Visa, Eli Lilly, Apple, Novo, Nordisk, Mastercard, Alphabet und Broadcom. Und die Unterschiede zum klassischen MSCI World, die erkennt man bei der Gewichtung. Im Quality ETF nimmt der Chip-Designer Nvidia die Spitzenpositionen ein mit beachtlichen 5,9 Prozent, noch vor Microsoft mit 3,6 Prozent und im Klassiker im MSCI World, da ist Microsoft die größte Position. Ja, und wie groß die Unterschiede in der Gewichtung weiter sind, das zeigt sich auch beim größten europäischen Wert. Das ist nämlich Novo Nordisk. Im normalen MSCI World ist die dänische Pharmafirma lediglich mit 0,7 Prozent vertreten. Im Quality ETF aber mit beachtlichen 2,7 Prozent. Und auf europäischer Ebene, da reden wir jetzt vom MSCI Europe, da hat der Quality-Einsatz eine sogar noch größere Outperformance geschafft, als im globalen Maßstab, nämlich um einen Prozentpunkt pro Jahr. Und da zeigt sich dann, dass in den europäischen EZs jede Menge Ballast angesammelt hat, also Firmen, die nichts zur Outperformance des Aktienmarktes insgesamt beitragen. Ja, und die Gewichtung des Quality Index, die unterscheidet sich wirklich auffällig von der des MSCI Europe. Im regulären MSCI Europe stehen Novo Nordisk, ASML und Nestlé ganz oben. Und im Quality Index, da finden sich diese Firmen ebenfalls. Zugleich sind in dem Ansatz aber auch die britische Pharmafirma AstraZeneca, der französische Luxusgüterkonzern LVMH und die Deutsche Allianz deutlich höher gewichtet. Die Allianz taucht im normalen MSCI Europe erst auf Rang 17 auf, im Quality Index ist sie schon auf Rang 6 zu finden. Und in Europa, da hat allerdings aktives Fondsmanagement noch einen klaren Mehrwert gebracht, gerade unter dem Banner Compounding. So hat der Comgest Growth Europe, der auf Dauerläuferaktien spezialisierten Fondsboutique Comgest von Wolfgang Fekus, den Index in der gleichen Zeit sogar um 10,3 Prozent pro Jahr deutlich hinter sich gelassen. Nicht in jeder Weltregion liefert der Quality-Ansatz ein erkennbares Mehr an Rendite. Beim US-Aktienindex MSCI USA betrug die Outperformance in den zurückliegenden Jahren mehrkriege 0,3 Prozent per annum. Und auch in Nordamerika hat sich aktives Fondsmanagement ausgezahlt. Der Comgest Growth America, der hat den Index seit 2016 um mehr als 10 Prozentpunkte geschlagen. Der US-Aktienmarkt gilt als der härteste Aktienmarkt der Welt für Fondsmanager. Umso mehr zeigt sich, dass die Konzentration auf Qualität Ergebnisse zeitigt. Die Wertpapier-Kennnummern der Fonds schreiben wir immer in die Shownotes. Das war alles Waktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der Medien-Triple-A, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es kommen immer wieder Fragen zu Laufzeit-ETFs. Ich glaube, letzte Woche habt ihr die doch gehabt, Eckart. Genau, letzte Woche. Ja, und da fragt man sich also Elena, wie kann man beim iShares iBond, der im Dezember 2027 ausläuft, die Rendite von 4,8 Prozent prognostizieren? Wenn nun ein Anleger zum Beispiel im Juni 2025 20 Millionen einbringt, müsste die Rendite bei einem dann unterstellten niedrigen Zinsniveau sinken. Richtig? Ja, es ist schwierig, diese Laufzeit-ETFs, die sind nicht ganz so intuitiv zu verstehen, wie man denken könnte. Entscheidend ist für euch, wenn ihr einen auf Euro lautenden Laufzeit-ETF kauft und dann bis zur Fälligkeit haltet, dann hängt eure Rendite von einer einzigen Koordinate ab, nämlich eurem Kaufpreis. Also man kann jetzt sagen, wenn ihr jetzt kauft, ist halt dieser iBond 4,8 Prozent. So, wenn ihr nicht zwischenzeitlich mal verkauft. Wie hoch dann die erwartete Rendite ist, wenn du 2025 da einsteigst, das kann man halt heute noch nicht sagen. Es hängt halt davon ab, wie sich die Bond-Märkte in den kommenden Jahren verhalten. Dann ist es möglicherweise 4,4 oder 5 oder auch 3, je nachdem, was da passiert. Und ihr könnt immer sehen, wie hoch die erwartete Rendite ist auf den Seiten von iShares zum jeweiligen Fonds. Und das gibt es auch von X-Trackers. Allerdings ist da die erwartete Rendite etwas versteckt und muss etwas genauer gucken. Genau, versteckt wie ein Schatz gewissermaßen. Und um eine andere Art von Schatz geht es morgen in der Samstagsfolge. Schätze aus dem Inneren der Erde Rohstoffe. Und Holger, Nando und du, ihr habt euch da einen ganz besonderen Interviewgast sichern können. Jemand, der sich mit Rohstoffen und Rohstoffinvestments auskennt, wie sonst keiner in Deutschland. Jemand, der nicht nur die Bilanzen von Bergwerkskonzernen kennt, sondern sich auch die Bergwerke selber aus der Nähe anschaut. Mehr verrate ich an der Stelle nicht. Aber diese Folge, die wollt ihr nicht verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.